So, da bin ich wieder. 222 Leute noch, ja. So, ich werde wahrscheinlich alles aufnehmen, also wirklich alles, 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 ganz, ja, 5, verstanden. So, mal sehen, wann der Stream dann anfängt, damit hier wenigstens ein bisschen unterhaltung rein kommt. Obwohl der NGAM-Sound ziemlich laut ist. Schau ich mal hier. Bei manchen kommt Werbung. Bei denen hat's schon angefangen, ich glaube mal, oder? Nö, ist offline. Hm, okay. Nö, ich möchte keine Werbung, danke. Wie sich alle im Chat über die Werbung aufregen. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Damit finanziert sich das Teil ja mein. Und das kostet bestimmt einen Haufen Geld. So, Server zu haben. Ach, ja. Wie sieht's hier aus? 210 Personen noch. 209. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 10. 10. 10. Okay, sehr gut. Beim Schlingel regnet zum Gewitter zu entscheiden. Schön. Okay. Gut, dass er das noch geschrieben hat. Jetzt einloggen. Ich gammel zwar trotzdem, dann warte ich lange, aber... ...besser als 5000 Leute vor mir zu haben. Gut, dann schließe ich mal hier so das übliche Zeug. YouTube brauche ich gerade nicht. Das Video kann ich auch schließen und das kann ich auch schließen. Kann ich auch schließen. So. Ihr seht gerade nicht, was ich mache, aber das ist ja egal. So, mal sehen, wann es anfängt. Eine Minute. Dann ist es 19 Uhr und da war es ja versprochen. Okay. Kann sein, dass man so ein bisschen hört, wie ich gegen das Mikro komme. Sieg gerade doch, indem ich zwei Headsets aufhabe. Das eine für den Sound und weiß es bequemer als das andere für Mikro. Weil bei dem anderen das Mikro kaputt ist. Ganz simple. So. So, dann schaue ich mal wieder rein. Nach 193, besser. Der hat das ja gewohlt. Da würde ich meinen Spaß dran haben. Ja. So. So. Jetzt ist es 19 Uhr. So. 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 So Systems. So several games. So. 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 So Jean. Soatiques. Soенных, choosen, knee. So nett. So Fishart. So swicken. So fact. So. Aber das wird ja oft vernachlässigt, da es kommt dann irgendeine Dubstep-Scheiße. Nicht alles Dubstep ist kacke, weil Far Cry 3 zum Beispiel hat das Dubstep ziemlich gut gepasst, aber da hat es ja auch eine ganz andere Richtung. Aber man sollte es nicht übertreiben. Man vergisst die Wirkung von guter klassischer Musik, die episch ist. Das reicht irgendwie so. Was war früher? Da gab es teils so epische Soundtracks. Allein der Tetra Sound finde ich, der ist schon episch genug. Gut. Oder so die Zelda Teil. Kennt sich zwar noch nicht so gut aus, aber die Soundtracks sind schon hammer, die ich davon kennen. Die sind schon hammer. Das reicht ja wieder nach dem Medic. Der hat schon lange immer auf Twitter. Schau. Medic. Okay. Okay, gut, es ist ein halbwegs guter PC, aber um mal sehen, wie es bei mir lecken wird. Ich habe das Gefühl, das packt kein PC, aber ist das schon gut. Immer so viele NPCs. Obwohl es vorhin waren schon relativ viele Neugings eigentlich. So noch 165 Personen vor mir. Kein Ding. 6 Minuten noch. Ich will rauswetschen. Danke. So, was denn los jetzt? Ah, Twitch ist bei ihm gerade kaputt. Warum das? Was da eigentlich beim Zombie gehen und nicht bei ihm? Ich will rauswetzen. Genau. Es war so schwer auf die Seite zu kommen, nach dem Ankündigungsvideo auf die Twitch-Seite. Zu viele Leute, echt einfach zu viele Leute. Ich habe wieder herausgefunden, wie man Sachen schreibt. Oh, ein Stream. So, den Stream werde ich jetzt wahrscheinlich leiser als der Rest. Ich habe einen Stream, aber... Alles darum geht es ja größer als nicht. Geht, ja. Okay, der Stream ist schon mal streamt. Mach schon mal auf 360p. Ja. Weil sonst lag das vielleicht. Ja klar, genau Leute. Ich drück mal C, C und dann noch I. Ne, B. B, B, genau. D und B und zieht einfach mal eure ganze Kleidung aus. Macht euch alle nackig. Ja, habe ich schon, aber meine Hose lasst schon, weil die Lack ist. Äh, was ist das mit Option noch? Einstellungen. Achso. Ja. Einstellungen und dann einfach mal so, dass sich keiner mehr einladen kann und dass die ganzen Namen weg sind. Spielertitel zum Beispiel aus. Gucken, Anfragen, Gilden, Anfragen, Handel, Handeln, Freunden, Freunden, Freunden. Alles weg. Ah, okay. Und dann den Check einfach mal auf Notiz oder so machen. Äh, Notiz. Okay. Problem ist jetzt eben, äh, mir ist natürlich auch gerade aufgefallen und besonders auch dem Zombie, dass die Server gevoll sind und dementsprechend dann eben auch eine Warteschleife aktiviert wurde und jetzt viele wahrscheinlich auch nicht mitmachen können. Problem ist, ich kann da jetzt natürlich nicht drauf warten. Denn dann warten wir, glaube ich, endlos lange. Besser gar nicht, geht der Slots. Oh, 138, Leute. Vielleicht pack ich's noch. Du, ich hab mir nicht bei. Bist du denn schon wieder? Im Salat. Nein, wo bist du? Achso. Ich bin hier über die Brücke. Nackt. Ah, komm mal her zu mir. Geht's uns rein anmelden oder wie viele Personen auf dem Server sein dürfen? Das ist jetzt die Frage. Ich hab kurz gesehen. Wo bist du denn? Dann guck mal, hier ist einer, der ist. Ich muss mal ein bisschen leiser. Ich muss mal ein bisschen leiser. Kleines Maul. Ja. Hat das Maul im Gesicht? Kann ich da drauf? Ich will da drauf. Ach, hi. Ach, ich kann noch ein bisschen warten. Äh. Lass uns mal ein bisschen weiter weg hier von der Brücke. Einfach um auch ein bisschen die gerade inaktiven abzukapseln. Boah. Lass mal, ähm, dann den Steg. Ja, haut auf. Wenn du weißt, was das ist. Hoffentlich. Nächste ich auch. Hier auf diesem, der ist ja kein Steg. Das ist einfach nur so ne... Treppe. Deiner hat da einen Königs. Der hat zwei Mal halt Zimbine und ich halte... ... zu GLP. Also, man sieht meinen Namen von mir stehen. Ist der... Achso, er stimmt. Steht da oben links. Dein Name steht auch oben links. Der ist natürlich erst mein Rape. Hm. Wo bist du? Schreibt von einer so viele halbnackte Typen. Ja. Hier, wo die ganz Leute hinlaufen. Der verfolgt das sogar mit vom Leck, dann ist das so. Oh, zu weit entfernt. Ich komm... Nein! Nein! Okay, der Stream leckt gerade ein bisschen. Ja, ich glaub, es leckt so ein bisschen, weil... Ich seh meine Hose hier, glaub ich. Also zum Biss... Weißt du was? Ich... ... tue statt ganz normal kurz, falls er... ... geht. Ja, gut. Schon nur noch 25 Minuten. Ich hab gerade so wohl keinen Hänger gehabt. Oh. Ich... Ich lad ja... Ja. Also zwar reduziert, aber... Ja, das GLP-Fangirl. Seh ich zwar noch nicht. Ich werde jetzt mal eben auf... ... auf Twitter ne kleine Retreat hier starten. Also falls ihr Twitter habt... ... direkt auch noch mit nem schönen Push dabei. Oh nein, oh Gott. Oh nein. Da kann ich schon mal irgendwas mitmachen. Jetzt drückt bei mir das ganze fette Bild jedes einzelne mal neu auf. Das ist nicht so schön. Und... Ja. Also das ist echt... Ich werde da zieht auch noch mal ein bisschen mehr, äh, Leistung. Und wir können ja mal probieren, irgendwie irgendwas zu schreiben. Also nicht zu schreiben in dem Sinne, sondern... ... irgendwie vielleicht ein Smiley oder ein Herz oder was weiß ich... ... wie Penis... ... aus unseren Menschen weinst du... ... zu basteln. Ja. So einen richtigen Flashmob eben. Die Frage ist eben, wo fängt man da am besten an und wie koordiniert man das? Tja. So, vier Minuten noch. Ach! Da muss man so weit drücken. Ja komm, lass mal dein Team ausgehen. Wir sitzen nicht hier auf der Netz. Äh... Äh... Hab ich fast gemacht, wenn ich früher reingegangen bin. Ich war ja schon fünfmal vorher drin. Geht schon lange weg? Ja gut, da kann man ja erschossen. Sehr hoher Morgen. Sehr hoher Morgen. Okay. Ich glaube hier meinst du. Und Leute, die überlegen... Sag nicht die ganze Zeit, dass ich das sehe, weil... ... es leckt so, dass ich die Schrift sehe. Okay. Leute, die übermäßig viele Smilies rausten, die werden auch direkt gebannt. Also... ... probiert wirklich nur zu schreiben, wenn ihr auch was zu sagen habt. Sonst ist jetzt alles zu viel. Und hier... Die Vorten vom Smiling machen. Habe ich jetzt gemacht? Oder muss ich jetzt auch extra ein... Ach, ich muss ein Alter drücken. Kennt sich hier vielleicht einer damit aus? War vielleicht hier schon mal irgendeiner bei einem richtigen Flashmob. Also im real life. Wo man dann gesagt bekommt hat, okay, äh... Wir machen jetzt ein Herz oder so. Aber wie koordiniert man das am besten? Denn ich finde es jetzt gerade relativ schwer, äh... Äh... Das... Koordinieren. Also wenn, dann müsste ich hingehen und wirklich verschiedene Gruppen aufstellen. Und dann waren auch die Gruppe 1. Das ist... Genau, das ist noch besser. Ich zähl einfach die Namen auf. Und sag dann, okay... Der Blob geht jetzt bitte... ... nach links. Spielertitel kann ich wegmachen. Also ich würde sagen, die Leute richten sich einfach nach den anderen. Wenn man ein Highfix Verstand im Kopf hat, packt man das auch. Ja, ich bin der Einzige, der sich bewegt. Das Spiel ist... Hups! Hups! Hupsela! Das tut mir dann natürlich jetzt ein bisschen leid, ne? Ich glaube, da sind ein paar viele Menschen auf der Welt. Äh, nur die Petnamen sind da. Da heult herum, jetzt nur noch ein und weiß, Leute. Ach, haben die gerade pur im Disconnect, oder? Nuh, sind alle eingefroren. Cool! Hupsela! Okay, dann kann man das schon mal leicht knicken. Ja, fuck! Warte, noch Serverbestätigung? Ja, wir haben uns den Server verläuftet bei mir. Hupsela! Okay. Ne. Wird aber Sinn machen, ne? Aaaaah! Fuck! Verdammt, nein! Habt ihr es in den Brot kaputt gemacht? Jaaa... Kaputt in den Brot. Schön! Jetzt habt ihr das Brot gemacht! Äh, ja natürlich. So, wieder warten. ...hat ein Livestream so an sich. Okay. Bisher wagt er schon. Scarlet Blade hat bessere Server, schreibt einer. Ja, aber ich, ich will das den Leuten jetzt nicht antun, die Scarlet Blade gerade nicht auf dem Rechner haben. Aber unbedingt bei dem... Ach, ich lad mal Scarlet Blade runter, Scar... Sonst hätte ich wahrscheinlich nochmal gegen Ende gesagt, okay? Vielleicht. So, das ist schonmal halbwegs. Äh, Scarlet Blade. Ja, also, bei mir steht gerade... Au! ...gar nichts, alle stehen, niemand... Medic, Shadow Walker... ...und... ...Defender... ...Defender... ...Shadow... ...Defender... ...Defender... Ach, ich nehm Defender... ...Zombay, Flecky... ...Barsch, dein Spider-Spein... ...Mmm... Ja, ganz... ...Kreative Namen! Nein, das ist geil! Das ist geil, das hier! ...Germanist, Zombie... ...Germanist, Zombie... ...Germanist, Zombie... ...Germanist, Pet... ...Germanist, Pet... ...Ach, der Alborstitler ist auch dabei! ...Aber das gedacht... ...Defender, der guckt nicht? ...Defender, der guckt nicht? ...Defender, der guckt nicht... ...Defender, ich kann da sogar noch rumlaufen, obwohl der selber dauernd ist, cool... ...Ja klar, klar... ...Das... ...Das geht... ...Hallo, Spieler, die nicht mehr spielen können... ...Wo ist doch dumm... Oh! ...Deine Mutter ist auch hier! Das finde ich ¡Germanist, Pig! Ja mal Stöne! Ah tatsächlich ein richtiges, würde ich ja nie machen, mein Falsschensrick... ...Defender, die nicht geil auch in Planetzeit. Soah! Das sollten die Server sogar aushalten! So reinteorie! Oh... Ah, jetzt habe ich die verklickt... ...Was ist bereits vergeben? ...Boahhhh! Doch, 100,000! Wenn die alle in dieselbe Fraktion... ... und dominieren, wie sie alle... ...In Planetzeit würde es glaube ich sogar noch geiler sein... Ach so, oh. Lass mich überlegen. Ich jetzt das nehmen. So, nochmal kurz getweetet. Ich? Was, 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 was? Und dann gehe ich jetzt am besten mal ganz kurz hier raus, zurück zum... Nee, Charakterausfahren. Das Bild. Das Bild. Ach so, retweet auch nicht. Stimmt auch nicht. Und dann geht, also jetzt wahrscheinlich nicht wegen uns, aber Wahltod. Und jetzt auch nur das Spiel... Wie neu ist das Spiel eigentlich? Ja, das ist alt. Das ist neu, ganz, ganz neu, soweit ich weiß. Also das... Genau so neu wie Scarlet Blade. Das hab ich irgendwie kaputt gemacht. Ich hätte das gerade jetzt in die Open-Peta gegangen. Und ja, Leute, ich will... Nein, ich werde jetzt mit Sicherheit nicht sagen, okay... Wir gehen dann jetzt nach Fremdezeit oder Scarlet Blade. Einfach, weil das Unfair gegenüber denen wäre, die jetzt, äh, wirklich beschissene Leitung haben. Ja, ich hab doch schon. Und da trotzdem gerne mitgemacht hätten. Was ist denn schon... Wann einfach zu viele? Wann einfach zu viele? Was hab ich getan? Was hab ich getan? Ich hab's kaputt gemacht. Ich, ich... Oh, ne... Ich kann doch nicht mal mehr ausloggen. Jetzt hab ich das Spiel einfach mal geschlossen. Was ist denn was? Oh, was ist meine Stadt jetzt schon... Weil ich schon einen Account hab? Ich hab den ja... Also, Wong ist ein bis zwei Jahre alt. Was? Echt jetzt? Ich dachte, das wär... Ich dachte, das wär genau dann rausgekommen, wo auch jetzt, äh, Scarlet Blade... Oder fast zeitgleich. Das ist live, ja. Lieber, äh... Ja, sie sieht gerade schon weg. Doch, da war's. Kann ich mich jetzt hier einloggen? Ja, jetzt hab ich kein Bock mehr durch. Ah, jetzt stimmt. Man könnte einen Down-Down machen. Kann ich ja im Nachhinein vielleicht auch mal machen. Hochladen. Down, down, down. Ja, Server ist... Ich, ich drück... Weißt du? Ich drück auf den Server und der macht gar nichts. Ich kann mich nicht... Okay, dann war das doch nicht meint. Geil. Okay. Ja, und hier auch noch für die Mädels, diesen wunderschönen Sitzpad. Halt... Das ist noch im Spiel. Jo... Ja... Die... Off. Ich hab' mir nicht angenommen, deswegen kann ich noch rumlaufen. Gut, einloggen. Viele Leute, die sich fragen, was ich mache, ich versuch mich gerade hier. Ah, ich bin noch 57 Personen vorgegangen. Nein, zu loggen. Dann... Nee, okay. Es wird abgekackt. Heueran. Falsches Passwort, wie. Gut. Ist jetzt natürlich nicht so schön, ne? Ja... Ich weiß gar nicht, wie viele... Den Tweet... Retweetet hat...